Wie groß das Ausmaß ist, darüber möchte ich sprechen mit dem Generaldirektor der ESA, Dr. Josef Aschbacher bei mir. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Wir sehen diese Bilder, aber Bilder aus dem All zeigen noch viel mehr, wie groß das Ausmaß ist. Inwiefern hat man einen Blick überhaupt von den Raumstationen? Die Bilder aus dem Weltall sind wirklich notwendig, um die Einsatzkräfte zu steuern. Auf der einen Seite aber auch das Ausmaß der Zerstörung oder der Hilfe anzusehen, um zu sehen, was wirklich notwendig ist. Und man kann wirklich Satelliten verwenden. Es ist kaum vorstellbar, dass Satelliten aus 800 Kilometer Entfernung zum Beispiel Änderungen auf der Erdoberfläche im Millimeterbereich messen können, wenn es darum geht, ob Häuser eingestürzt sind oder auch sich verändert haben. Und da sind Satelliten maßgeblich wichtig, um hier den Schaden einfach erfassen zu können. Die gleichen Satelliten werden auch verwendet, um im Fall von Überflutungen zum Beispiel auch das Ausmaß der Überflutungen messen zu können oder Waldbrände messen zu können und hier wirklich Einsatzkräfte zu leiten. Also wirklich aus dem Weltall kann man Hilfe anbieten und genau das machen wir. Leitet sich dadurch auch was ab für die Erforschung des Klimawandels? Auch den untersucht die ESA ja und beobachtet ihn vor allem ganz genau. Absolut. Es ist vielleicht fair zu sagen, dass ohne Satelliten wir unser Klima nicht verstehen würden in dem Ausmaß, wie wir es heute verstehen. Das heißt, die Messungen der Erdoberfläche, der Atmosphäre, der Ozeanoberflächen und wie die Erde als System funktioniert, das wird mit Satelliten gemacht, weil Satelliten global messen mit dem gleichen Instrument und wirklich unsere Erde erfassen können. Und ja, die Klimaforschung beruht auf Satellitendaten. Etwa 70 bis 80 Prozent aller Daten, die für Klimaforschung verwendet werden, kommen von Satelliten aus dem Weltall. Aktuell im Weltall auch viel los. Wir haben jetzt wieder auf den Mond geschaut wegen Russland und vor allem Indien, die es ja dann auch erfolgreich geschafft haben. Was ist bei der ESA der nächste große Schritt? Was steht bei Ihnen an? Wir haben große Pläne. Wir diskutieren die Pläne mit unseren Mitgliedsländern. Deutschland ist ein ganz, ganz wichtiges Land. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, mich bei Deutschland zu bedanken, weil das ein ganz wichtiges Land und starker Unterstützer der ESA ist. Aber ich habe 22 Mitgliedsländer, mit denen ich wirklich diese Pläne entwerfe und durchführe. Wir haben wirklich ein sehr aktives Programm der Astronauten, um auf der Raumstation tätig zu sein. Wir haben hier sehr viel Forschung, die hier betrieben wird. Und natürlich ist unser Ziel, autonomer zu sein, damit wir auch ein starker Partner sind für Amerika, für die NASA, um hier Dinge beizutragen. Aus Deutschland kommt ja zum Beispiel für das Artemis-Programm der European Service Modul. Das ist der Antrieb, der die Orion-Kapsel zum Mond bringt und wieder retour. Und das ist made in Germany, also wirklich in Deutschland hergestellt, mit vielen anderen Partnern natürlich. Und da hat Deutschland ein ganz wichtiges Wort mitzureden in der Erforschung des Weltraums, insgesamt innerhalb der Europäischen Weltraumagentur. Das hört man gerne. Wir sind sehr gespannt, was noch alles erforscht wird. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.